Hallo Leute, ich bin die Elisabeth aus Österreich und möchte gerne mit euch meine Erfahrungen mit dem 9010-Mitbett machen. Ich bin durch einen Freund darauf aufmerksam geworden und war gleich inspiriert. Es war auch ein bisschen viel für mich, obwohl ich total Science-Fiction-Fan bin und besser gesagt war, bis Corona aufgetaucht ist und jetzt schon lange auf der Suche nach Mähbetten bin. Ich selber bin im Rollstuhl, wie ihr seht, sehr hoch querschnittsgelähmt durch einen Autounfall schon sehr lange und was ich mir erhofft habe, sind Erleichterungen bezüglich Schmerzen und mehr Vitalität im Körper und auch, dass der Körper sich regeneriert, dass die Nerven zusammenwachsen und der Körper wieder gesund ist. Ja, ich habe vorgestern die erste Session gemacht und habe das Bett installiert, dann aktiviert, mich scannen lassen und speziell am Bauch arbeiten lassen und ich habe Energie wahrgenommen, aber da ich energetisch sehr viel arbeite, könnte ich jetzt nicht sagen, dass es eine andere Energie war oder dass die Energie stärker war. Das könnte ich nicht sagen. Dann am nächsten Tag fühlte ich mich relativ schwach und habe dann von vorgestern auf gestern eben eine zweite Session gemacht und da einfach alles hineingepackt, was ich gerne gelöscht oder repariert, optimiert haben wollte, eben Mentalgedankenmuster, die mir nicht mehr dienlich sind, zu löschen und und ja, was noch, was war noch dabei? Ja, Implantate, körperliche Schmerzen, genau dann, dass die Knochen mehr Stabilität bekommen und Festigkeit, ja, die Behandlung habe ich dann laufen lassen und habe sie nicht abgebrochen, also sind die acht Stunden jetzt vorbei und was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, also gestern habe ich mich relativ, also echt schwach gefühlt, auch vom Kreislauf her, war das schon besser und ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt mit dem Mitbett in Zusammenhang steht oder mit irgendwas anderen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich wieder Lust hatte zu channelen und ich bin im Garten gewesen und habe dann mit meinem inneren Auge eine Wesenheit gesehen, die dann mit mir kommuniziert hat, das ist jetzt in dem nichts Ungewöhnliches, aber das war so klar, so satte, klare Farben und das hat, also die Wesenheit hat mich heute auch begleitet und an mir gearbeitet, mich weiter unterstützt, was ich als sehr, sehr angenehm empfunden habe und heute habe ich mich wieder viel wohler gefühlt, konnte wieder essen und ja, also ich freue mich sehr darüber und ja, ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Alles Liebe, an euch alle einen schönen Tag.